Hey Freunde, was geht ab? Heute gibt es eine spezifische Analyse zu einigen Dingen aus dem neuesten Kapitel, weil ich durch das One Piece Reddit, durch Kommentare und durch Twitter einige Theorien zum neuen Kapitel für euch parat habe, die einfach extrem krass sind. Bleibt einfach dran und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren für mehr One Piece Content. Da One Piece zur Zeit abgeht, denke ich, dass ihr da auch nichts verpassen solltet. Okay, los geht's. Und außerdem habe ich ganz oben in der Beschreibung den neuesten One Piece Band verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr über meinen Link den Band kaufen würdet. Carlson Manga macht seit so vielen Jahren den Job einfach megamäßig gut. Und als Dankeschön könnt ihr ja mal für 7, 8 Euro den neuesten One Piece Band auf Deutsch euch besorgen. So, das erste Thema, worum es gehen soll, ist wirklich ziemlich interessant. Ich habe jetzt insgesamt so zwei, drei Theorien, die einfach richtig nice sind. Und das erste davon ist, wer die Rocks sind. Und zwar wurde im neuesten Kapitel irgendwas von den Rocks erwähnt. Anscheinend war das irgendeine Piratenbande, die in Rogers Zeit tätig war. Ich lese mal vor. Der Grund, dass du als Held der Marine verehrt wirst, ist doch... Und danach unterbricht Gab und sagt, oh, du sprichst von den Rocks. Ich bin überrascht, dass du darüber Bescheid weißt, Sina. Gerade, weil du so jung bist. Und er erzählt dann noch, dass es inzwischen 40 Jahre her ist. Das heißt, Gab wurde, nachdem er die Rocks, sozusagen die Rocks-Piratenbande, irgendwie besiegt hat oder überwältigt hat oder sonst was, ist er zum Held der Marine geworden. Und außerdem wird noch gesagt, dass sie ihren Piratenkapitän verloren haben, aber trotzdem sind sie stärker geworden. Die Rede ist wahrscheinlich von Big Mom und Kaido, die damals eine Art Allianz hatten. Vielleicht waren sie halt auch in einer Piratencrew, aber darum sollte es nicht gehen. Und zwar geht es darum, wer der Leader von den Rocks war. Es wird gesagt, dass diese Ära von denen vorbei ist, beziehungsweise, dass es jetzt Vergangenheit ist. Also ist diese Person, die sozusagen der Kapitän von den Rocks war, verloren. Also er ist weg. Es könnte sein, dass er tot ist oder es könnte sein, dass es sich um einen Charakter handelt, den wir bereits kennen. Und da nochmal Danke an den Reddit-User Imsentient. Das ist von ihm und er hat diese Screenshots gepostet. Und ich lese jetzt mal vor, was genau dort steht. Und zwar wurde halt, wie gesagt, das Ganze vor 40 Jahren mit den Rocks beendet. Und Shacky, die Frau von Rayleigh, also die auch eine Bar leitet, war auch ein Pirat. Als Ruffy dort zum ersten Mal hingekommen ist, hat sie das gesagt. Und sie hat auch Ruffy wiedererkannt. Und zwar wegen dem Monkey D. Und er hat halt gefragt, hä, hast du irgendwas mit Gab zu tun? Und er meinte, ja, weil es halt mein Opa ist. Und dann sagt Shacky, hey, das habe ich mir bereits gedacht. Und dann sagt sie, sie war auch mal ein Pirat vor langer Zeit. Und danach erwähnt sie, dass das vor 40 Jahren war. Und in dem neuesten Kapitel wird gesagt, dass es über 40 Jahre her ist. Wegen dem Timeskip kann man noch zwei Jahre dazu rechnen und hätte 42 Jahre. Und deshalb wird im neuesten Kapitel erwähnt, dass es über 40 Jahre sei. Das heißt, Shacky könnte diese legendäre Person sein, beziehungsweise einer der legendären Piraten sein, die vielleicht nicht unbedingt auf Roger-Level waren, aber vor Goldie Roger die Ära sozusagen geleitet haben. Außerdem dachte man ja nie, dass sie irgendwie kämpfen kann oder sonst was. Aber man hat mal eine Szene gesehen, wo man sie halt gezeigt bekommen hat, beziehungsweise sogar die erste Szene. Und dort hat man gesehen, wie sie einen verprügelt, die in ihrer Bar ist. Das war einfach, keine Ahnung, wir haben uns dabei nicht gedacht, dass sie irgendeine Kraft besitzt oder sonst was. Aber anscheinend ist es wirklich so, dass die Frau von Rayleigh, also Shacky, einfach eine extrem starke Piratin ist, beziehungsweise war. Und außerdem noch der Name Rocks. Es ist im englischen Sprachraum so, dass wenn man sich on the rocks was bestellt, dass man sozusagen einen Drink haben will in einer Bar mit Eis dazu. Und wer arbeitet in einer Bar? Shacky. Und außerdem hat sie ein T-Shirt an, wo so eine Art Spinne abgebildet ist. Und in One Piece Film Gold hat man Momosagi gesehen und sie hat dieses Spinnenmuster auch auf ihrer Hose. Was irgendwie ziemlich interessant ist, falls das denn irgendwie eine Art von Hinweis sein sollte. Finde ich das auf jeden Fall richtig, richtig cool. So, das nächste ist von dem Reddit-User MTWS25. Und er hat das gepostet und es ist wirklich extrem krass, was ihm aufgefallen ist. Und zwar hat man eine visuelle Darstellung bekommen von den Wegen, die man zur Red Line gehen kann. Das Ganze wurde auch, by the way, gezeigt, als Shacky das erste Mal gezeigt wurde. Sie hat das Ganze erklärt mit den Supernova. Und zwar hat sie erklärt, dass man, egal von welcher Insel losgeht, am Ende auf dem Sabaodi-Archipel vor der Red Line landet. Und sie ist davon ausgegangen, dass höchstwahrscheinlich alle anderen Rookies verschiedene Routen gewählt haben. Und jetzt, zum perfekten Zeitpunkt, alle gleichzeitig auf dem Sabaodi-Archipel gelandet ist. Und wie gesagt, während ihrer Erklärung kam halt dieses Muster auf. Man hat gesehen, dass sozusagen vor der Red Line ein Zusammenschlusspunkt ist. Und dass nach der Red Line auch einige Punkte zu einem, beziehungsweise zwei Inseln führen, die hintereinander sind. Das heißt, es ist nicht so wie unten, sondern es führt alles zu einer, beziehungsweise zwei einzelnen Inseln. So, und wenn wir uns jetzt mal uns den leeren Thron ansehen, der im neuesten Kapitel gezeigt wurde, kann man schon etwas erkennen. Und zwar diese Punkte über dem Symbol der Weltregierung. Man kann einfach erkennen, dass es sich vielleicht dabei um die einzelnen Punkte, beziehungsweise Inseln handelt, die dort abgebildet worden sind. Natürlich könnte es sein, dass es einfach nur Zufall ist oder sonst irgendwas. Aber ich denke, dass es ein Hinweis von Oda war. Aber falls es Personen gibt, die auch das Ganze mit Shaky lesen, dass es sich um Shaky handelt und so, weil es halt das erste Mal wurde sie halt in Episode 390 oder so gezeigt. Auf jeden Fall, wer nochmal zurück in die Kapitel geht, beziehungsweise sich die Folgen anschaut, wird dann auch noch belohnt, dass man so etwas in der Art findet. Natürlich könnte es sein, dass es einfach nur Zufall ist, wie gesagt. Aber ich denke, dass es schon stimmen könnte, dass es die Inseln sein soll. Und wer dann sozusagen auf diesem Thron dann sitzt, ist sozusagen der Leader sozusagen der Welt, kann man das Ganze so sagen. Auf jeden Fall ist das schon extrem krass. So, und ich hatte vorhin ja erwähnt, dass es sein könnte, dass Shaky die Leaderin dieser Crew war, was relativ weniger Sinn ergibt. Was mehr Sinn ergibt, ist, wie auch schon erwähnt, also beide Möglichkeiten stehen offen, dass sozusagen der Leader von diesen Rocks auf jeden Fall verschwunden ist. Und jetzt hat jemand auch etwas Interessantes gepostet und zwar die einzelnen Buchstaben von Rocks. Im Japanischen muss man das R manchmal mit einem L austauschen und deshalb wird es halt zu Logs oder halt für uns Rocks. Auf jeden Fall, jeder dieser einzelnen Buchstaben könnte für eine Person stehen, die halt sozusagen diese Crew geformt haben. Ich dachte mir, Alter, das ist schon krass, wenn man das liest, auch wenn es jetzt nicht zu 100% passen könnte. Ja, man könnte bestimmt viele Wörter nehmen, aber ich wollte es trotzdem euch nicht vorenthalten. Und zwar sieht man, dass hier alle Buchstaben zu einem verschiedenen Piraten passen, außer der erste, der vielleicht der Kapitän sein könnte, den man noch nicht kennt. Und zwar hätten wir da noch O, das könnte für Oden sein oder für Os, der Kontinentenzieher. Das ist die Person, die sozusagen von Gekko Moria wiederbelebt worden ist, beziehungsweise dieser Riese, dieser Gigant. Und er wurde auch der Kontinentenzieher genannt. Und es könnte sein, dass er vielleicht dort auch dazu gehört. Dann hätten wir noch das C von Rocks und zwar wäre das Charlotte Lindin. Dann hätten wir noch das K, was für Kaido stehen könnte und S, was für Shaky stehen könnte. Wie gesagt, es könnte natürlich sein, dass es halt einfach kompletter Bullshit ist. Aber ich finde, dass die Charaktere, die hier sind, schon wirklich lange leben, beziehungsweise sie sind alle schon etwas älter. Und es könnte wirklich sein, dass wenn der Leader dieser Crew entweder mit einem L oder einem R halt anfängt, könnte es ja wohl möglich sein, dass wir sozusagen diese Piraten-Crew, die Rocks haben. Wäre auf jeden Fall wirklich ziemlich interessant und es wäre, wie gesagt, auch möglich, dass Shaky die Leaderin ist. Aber dann wüssten ja viel mehr Leute über sie Bescheid. Kaum einer kannte sie, auch in der Bar und so weiter. Oder vielleicht hat sie es halt wirklich geschafft, sich komplett davon abzukapseln. Aber wenn sie wirklich der Crew Leader war, wäre das so, wie wenn Goldie Roger abtauchen könnte. Ich glaube, das wäre kaum möglich. Er müsste sich komplett abändern. Aber wer weiß, könnte ja auf jeden Fall möglich sein. Außerdem gab es in diesem Kapitel noch einige Leute, die noch eine Theorie aufgeworfen haben. Und zwar haben wir ja das Monster-Trio, also das Monster-Trio von den Big Mom-Piraten, meine ich damit. Nicht das von der Strotbande. Und zwar meine ich damit Katakuri, Oven und Daifuku. Diese drei Leute haben wahrscheinlich einen extrem heftigen und starken Vater. Es wurde schon bestätigt, dass sie sozusagen Drillinge sind. Das heißt, es muss einen Vater geben, der irgendwie auch stark ist. Sonst wäre das halt relativ unlogisch. Würde natürlich auch passieren, ja. Aber auf jeden Fall haben viele gesagt, dass es sein könnte, dass Kaido eventuell der Vater ist. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Das ist wahrscheinlich eher als Joke-Theorie. Aber wenn ihr euch wirklich vorstellt, dass Big Mom und Kaido wirklich in einer Crew waren und Big Mom es wirklich mit jedem getrieben hat. Ich sag's jetzt einfach so. Dann könnte es auch sein, dass Kaido vielleicht dort seine, nicht unbedingt seine Finger im Spiel hat. Aber auf jeden Fall etwas anderes. Das Ding ist, ich würde teilweise meinen Respekt vor Kaido verlieren. Aber ihr müsst euch noch vorstellen, Leute. Das war vor über 40 Jahren. Das heißt, Kaido war zu dieser Zeit auch richtig jung. Also man weiß nicht, vielleicht war Kaido auch schon alt. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass Big Mom zu dieser Zeit jung war. Und man hat eine Zeichnung von Oda gesehen, wie Big Mom aussieht mit 20. Und da kann ich sie wirklich nicht verübeln, weil Big Mom als Kind irgendwie richtig hässlich war. Und als Erwachsene, beziehungsweise nicht nur Erwachsene, sondern auch als alte Frau. Aber als sie jung war, sah sie halt wirklich ganz okay aus. Und da wäre es meiner Meinung nach auch okay, wenn Oda das irgendwie einbringt. Aber ich hoffe, das Ganze wird nie angesprochen, beziehungsweise genauer behandelt. Oder nur in einer SPS erwähnt, dann werdet ihr es auf jeden Fall bei mir erfahren. Aber innerhalb der Story soll das irgendwie bitte weg sein. Weil das ist halt eine komische Vorstellung, Big Mom und Kaido. Kaido kennt man jetzt so als brachiales Monster und so. Und das würde, obwohl man halt weiß, dass Big Mom als Person, die jung war, wirklich gut aussah, muss man ja trotzdem sagen, das würde etwas das Bild von Kaido zerstören. Aber wie gesagt, sie sah halt echt okay aus damals. Und deshalb kann ich es ihm wirklich nicht verübeln. Okay Leute, was denkt ihr, wer ist der Vater von Kaido? Was denkt ihr noch zu der Theorie mit dem Thron? Meint ihr, das Ganze stimmt mit Sheki, dass sie wirklich ein großer Pirat war, beziehungsweise eine große Piratin? Ich würde mich auf jeden Fall über eure Kommentare dazu freuen. Das war es von diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.